Ähm... Spinde halt. Wie viel... So wie läuft dieses Ding hier? Ja, also als die Sonne noch hier draufstehen, ist ja eben von der Sonne warmes Wasser gemacht worden. Und das war vorhin auf 90 Grad. Und ich hab hier noch ein bisschen Spiritus, mit dem koche ich dann das. Und mit dem kochenden Wasser kann ich dann hier eben einfach Tappe kochen. So dass eben das meiste von der... die Energie war halt von der Sonne. Und ein bisschen halt eben über gespeicherte Sonnenenergie überbrennt. So das meiste, da ist Wasser drin hier? Genau. Da ist mein Vorratsfass. In dem Bierfass quasi ist mein Wasservorrat. Und... Da hab ich ne Luftpumpe und da kann ich drum machen und wenn ich den Wasserhahn öffne, fließt halt es aus dem Fass hier durch den Kollektor und wird dabei erhitzt. Und dann kommt hier halt das Wasser raus. Da kann ich mein Kappen kaufen. Aha, sehr gut. Dankeschön. Danke.